Hier geht die Sprecher der Sprecher, die alle müssen hier durch. Die Sprecher der Sprecher der Sprecher der Sprecher endet an. Die Präsidenten der USA, Donald J. Trump. Der Grunde der Zeitpunkt ist, ob der Westen die Wille zu leben hat. Das ist ein historischer Moment, von dem kein Turnier zurückkehren kann.